herzlich willkommen liebe erdzeichen freunde zu eurem horoskop für die woche vom ersten bis zum siebten januar 2024 hier sind die galaktischen nachrichten die euer schicksal in den kommenden tagen beeinflussen werden also schnappt euch eure sternenkarten und lasst uns gemeinsam einen blick auf die kosmischen vibes werfen die für stier jungfrau und steinbock bereitstehen lasst uns gleich eintauchen liebe stiere eure sterne flüstern euch diese woche zu nur wer wagt gewinnt jupiter weckt eure neugier lasst also das motto lauten probieren geht über studieren neue türen können sich beruflich öffnen wenn ihr mutig sein und denkt daran nur wer wagt gewinnt mars im steinbock bietet chancen auch wenn der erste versuch nicht gleich klappt probiert es ruhig noch mal liebe jungfrauen vorsicht in der liebe denn venus sorgt für turbulenzen aber keine sorge die sterne entschädigen euch mit erfolg drei sterne jupiter sonne und mars schieben euch förmlich von erfolg zu erfolg die liebe kann warten denn beruflich geht es richtig voran klarheit ist wichtig also räumt missverständnisse aus dem weg und kniet euch doppelt rein um eure ziele zu erreichen lieber steinbock eure glücksträne nimmt kein ende diese woche wird erfolgreich rede gewandt und voller chancen mars bringt am donnerstag zusätzlichen taten dran und jupiter sorgt für glück euer leben ist unkompliziert spaß steht im vordergrund karrierechancen bieten sich an also drängelt euch nach vorne und genießt die erfolge ihr müsst es nur wollen das war euer wochenhoroskop in der kürze für die elemente erde vom ersten bis zum januar wir hoffen dass die sterne euch wohlgesonnen sind und euch eine fantastische woche bescheren wenn euch das video gefallen hat lasst gerne einen daumen nach oben da abonniert den kanal für mehr astrologische einblicke und teilt eure erfahrungen in den kommentaren bis zum nächsten mal und möge das universum immer in eurem sinne sein